Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem kleinen aber freien neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und heute zeige ich euch Upscaling in und mit ConfiUI und Stable Diffusion XL. Wir sind ja jetzt wieder zurück bei Stable Diffusion XL, auch standardmäßig, das heißt wir werden jetzt wieder mehr mit dem Modell arbeiten. Wir sind ja weg von Flux und ich zeige euch heute Upscaling mit Stable Diffusion XL. Wir werden das Ganze mit einem Upscaling-Modell durchführen. Warum? Ich habe Testläufe durchgeführt, habe das auch mal mit einem Workflow gemacht, ohne ein entsprechendes Upscaling-Modell zu verwenden und es hat Ewigkeiten gedauert, also es hat sehr sehr lange gebraucht mit einem Upscaling-Modell, das eben auf Upscaling trainiert ist, geht das innerhalb von wenigen Sekunden bis sogar Minuten. Den Workflow, den ihr hier seht, den habe ich gestern Abend selber zusammengebaut, ist eigentlich ein Standard-Workflow bis auf den Upscaling-Part. Der ist ein bisschen anders, der ist also der neue Part in diesem Workflow, das heißt, hier diese drei Upscaling-Sachen, das sind die wichtigen Sachen, könnte man sagen. Das sind die Sachen, wodurch das Upscaling eben erst möglich wird. Alles andere an dem Workflow ist Standard, was Stable Diffusion XL angeht. Ich habe hier noch eine spezielle Seed oder eine spezielle Note für die Seed, wo wir noch wesentlich mehr mit einstellen können. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Natürlich brauchen wir, um das Ganze durchzuführen, mehrere Elemente, mehrere Sachen. Zum einen natürlich Confi-UI. Dann brauchen wir ein Modell, ein Checkpoint, mit dem wir die Bilder grundlegend generieren. Und wir brauchen natürlich noch ein Upscaling-Modell. Das Upscaling-Modell finden wir auf der Webseite OpenModelDB. Da finden wir ganz viele Modelle und auch Upscaling-Modelle. Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist in dem Fall das Modell, dass er viermal das Bild Upscaling soll. Neusy heißt es hier 2-High-Quality, also HQ, Data 2. Das ist also das Modell, mit dem wir heute Upscaling werden. Dann brauchen wir natürlich die Datei. Die befindet sich hier oben. Das ist der erste Button. Wir brauchen immer die Datei PyTorch bzw. .pth. Das ist die Python-Torch-Datei. Diese Datei kommt entsprechend in euren Confi-UI-Ordner Models-Upscaling-Models. Da muss entsprechend die Python-Torch-Datei rein. Das ist hier der erste Button. Könnt ihr euch eigentlich merken, Python-Torch muss in Upscaling rein. Wenn wir das haben, müssen wir Confi-UI einmal neu starten und entsprechend nach drei Nodes suchen. Die erste Node ist die Node Load Upscale Model. Einfach Confi-UI Doppelklick in die leere Fläche und hier einfach Eintragen, Load Up. Und dann taucht hier schon Load Upscaling Model auf. Das zieht ihr euch einmal raus. Dann haben wir das hier. Und dann geht ihr einfach hin und nehmt euch die Node und verbindet diese Node entsprechend mit der entsprechenden zweiten Node. Das wäre die Node Upscale Image in Klammern using Model. Hier bei Load Upscale Model einfach bei der entsprechenden Node Upscaling-Model bei dem grün bei dem Punkt das ziehen und auf den Punkt Upscaling-Model bei Upscaling-Image-Using-Model draufziehen und das Ganze ist verbunden. Und das macht ihr auch mit der dritten Upscaling-Node. Das ist in dem Fall die Node Upscaling-Image bei. Diese Nodes, ich ziehe sie mal nach oben, damit ihr das seht. Diese Nodes, da sieht man schon, wo das Ganze hinführt. Die letzte Node müsst ihr verbinden mit dem Image, also auf der rechten Seite am Ende so gesehen. Diese Node verbindet ihr mit der anderen Node. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, wo führt denn das hin? Es müsste eigentlich zum... Genau, es führt hier zu der Node Wave oder Wave oder V-A-E-Decode. Da müsste das Ganze hinführen. Ich guck mal kurz, kontrollieren wir das mal. Ja, genau. Also diese Node Upscale-Image-By muss angeschlossen werden an die Node W-A-E-Decode und dann ans Ende. Ja, falls ihr da nochmal ein genaueres Video zu haben wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Dann kann ich das nochmal in Ruhe erklären. Wenn ihr das privat nochmal ganz ganz in Ruhe erklärt haben wollt, ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr auf meinen Discord Server joinen. Der Link dazu ist der erste in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach drauf joinen. Ihr müsst allerdings Discord auf eurem Windows oder Mac Rechner einmal installiert haben, damit der Einladungslink auch funktioniert. Kommt auf den Discord, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Kommt auf den Discord. Ich bin immer online. Stellt eure Fragen. Ich helfe euch sehr, sehr gerne bei jeglichen Problemen und Fragen weiter. Ja? Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich bin kein Profi, was Confi-UI angeht, aber so ein bisschen was weiß ich. So. Okay. Also. Ich habe euch erklärt, welche Node ihr braucht. Ich habe euch gezeigt, wie ihr sie grundlegend einbauen müsst. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal den Prompt an. A master portrait of a sexy nerd Asia woman with dark and green light. Das ist ein sehr, sehr einfacher Prompt. Aber das Schöne ist, dass Stable Fusion XL hier im exakten Fall das Modell Cyber Realistic Pony Version 6.2 das Ganze sehr, sehr gut umsetzen kann. So. Ähm. Das Format werden wir jetzt hier in 3 zu 2 Linscape nehmen. Ja? Ähm. Der Dinoes Wert steht auf 1. Wir haben das hier auf 35 Steps gestellt. Einer CFG von 7.0. Der Sampler Name ist DPM PP unterstrich 2 M. Und die Schindola ist Karas. Ja. Hier bei der Upscale Node Image by haben wir das Ganze bei Upscaling Methode auf Nestle Extrait gestellt. Das sorgt eben dafür, dass er möglichst exakt an dem, ähm, an dem Prompt bleibt, wenn er Upscaled. Das ist so das, was ich verstanden habe. Ja? Wenn einer da genaueres zu weiß, kann er gerne alle Infos dazu in die Kommentare schreiben. Dann kann man sich gegenseitig helfen, ja? Und man kann gegenseitig voneinander lernen. So. Upscaling by steht hier auf 2. Ja? Wir können das auch hochstellen, beispielsweise auf 4. Ja? Machen wir das einfach mal. Und dann sagen wir Cue it. Oder Cue it. Und dann fängt er schon an, hier mit der Arbeit. Ja? Das heißt, er lädt jetzt erstmal grundlegend das Modell, womit er das Bild allgemein erstmal generiert. Dann wird er gleich übergehen zu dem Upscaling Model Loader. Schätze ich mal. Ich meine, es war so. Dann geht er die verschiedenen Upscale Nodes durch. Und dann geht er zum K-Sampler, glaube ich. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich meine aber, dass es so läuft. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre und dass er einen anderen Weg einschlägt. Aber wir müssen mal schauen, wie das denn gleich dann wirklich passiert. So, das Reinladen des Checkpoints, also des Modells dauert natürlich eine gewisse Zeit. Aber das geht bei Stable Fusion XL ja auch einigermaßen schnell tatsächlich. Ja? Wie gesagt, ähm, falls ihr Lust habt, ähm, mitzudiskutieren, ähm, in eine kleine Community mit reinzukommen, die sich für die Themen Konfi UI, AI, Bildgenerierung, Bildbearbeitung, äh, Photoshop, Illumina Neo, ähm, Aperture und, äh, diese ganzen Sachen interessiert. Könnt ihr gerne auf den Discord-Server joinen. Und, äh, ja. Könnt uns dabei helfen, oder könnt mir dabei helfen, eine kleine, feine Community aufzubauen. Genauso natürlich auch auf YouTube. Ist klar. So, wir sehen, er ist jetzt die einzelnen Sachen durchgegangen. Ja, geht jetzt gerade durch das Upscaling durch. Ja, wir sehen, es geht hier flott, ja. Das dauert nicht allzu lange. Es dauert wesentlich länger, wenn ihr es ohne Upscaling-Modell durchführt. Dann braucht er, ähm, ich weiß nicht, das waren, glaube ich, bis zu 30 Minuten oder so. Und, äh, hier haben wir jetzt unser Bild. Und, ähm, wenn wir uns das mal mit Open Image in einem extra Browser-Fenster öffnen, dann sehen wir, dass wir ein sehr, sehr gutes Bild bekommen haben. Wenn wir hier mal zoomen, dann sehen wir, dass das Upscaling hier auch schon gut funktioniert hat. Ja, auch hier bei der Kleidung, man erkennt das alles sehr, sehr gut. Und wir können ja noch ein paar weitere Bilder generieren. Wir können ja einfach, ähm, einfach mal sagen, hey, gehen wir mal auf Infinite und generieren einfach mal drauf los. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt immer wieder zufällige Seeds verwenden, kriegen wir unterschiedlichste Bilder. Wir können die Seed auch festsetzen, macht jetzt in dem Fall allerdings keinen wirklichen Sinn aktuell. Deswegen lassen wir ihn mal machen und generieren einfach mal ein paar Bilder, ja. Die werden jetzt alle erstmal grundlegend generiert mit der normalen Auflösung und dann werden sie noch ans Upscaling geschickt und werden halt hochskaliert, ja. Upscaling ist ja im Prinzip nichts anderes als das, dass die Auflösung des Bildes jetzt vierfach nach oben gezogen wird. Also, er nimmt jetzt die Auflösung, die wir eingestellt haben, in dem Fall, ähm, 3 zu 2 und packt es viermal nach oben. Also, er verdoppelt die Auflösung um das Vierfache, ja. Das ist ja Upscaling. So, und wir sehen, ähm, er ist halt relativ zackig dabei. Ja, wir können ja auch hier nochmal sagen, okay, hey, bitte, ähm, erstelle immer vier Bilder, ja. Wir können uns auch, ähm, die Bilder hier natürlich direkt in, äh, ConfiUI anschauen lassen, ja. Das war, haben wir gerade schon gesehen, das erste Bild hier entsprechend. Das ist das zweite Bild, was sehr, sehr gut, also die Bilder sehen durch dieses Upscaling, ähm, oder allgemein mit dem Modell auch sehr, sehr gut aus, ja. Wir können ja auch mal sagen, wir ändern das Modell auf MR Art Stable Diffusion XL. Das ist ein Modell, das von Markus kommt, von dem Zerfleischer auf YouTube. Also, der zerfleischt jetzt keinen, aber er heißt halt Zerfleischer auf YouTube, ja. Und wir sehen, okay, ja, wir kriegen hier in Windeseile, ähm, die nächsten Bilder vorgesetzt. Natürlich braucht die entsprechende Hardware, ähm, in meinem Fall ist der Rechner aufgerüstet worden. Das habe ich ja in einem oder anderen Videos und Livestreams des Öfteren schon mal erwähnt. Ähm, ja. Trägt natürlich auch dazu bei, dass es hier entsprechend schnell vonstatten geht, ja. Weil viermal Upscalen ist eigentlich eine Sache, die, ja, schon viel Leistung fordert. Ähm, es wäre nochmal interessant, ich würde jetzt nachher mal nachschauen, ähm, ob man noch weiter mit dem Upscaling gehen kann, ja. Ähm, wir können ja mal, oder wir können es ja mal, ähm, ähm, kurz mal nachgucken, indem wir einfach mal, ähm, sagen, wir tragen hier, ähm, Upscale ein. Upscale. Mal gucken, was wir kriegen. So. So. Okay, wir kriegen natürlich das Modell, was wir vorhin hatten. Viermal Upscale. Viermal. 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 VHS Upscaler. Okay. Mhm. Okay, ich würde jetzt hier nochmal sagen, was haben wir denn hier? Ja. Mh, komm schon. okay er sucht also instant okay aber wir haben ja hier auch schon welche das ist ja das was wir jetzt gerade verwenden dann schauen wir mal ja hier ist noch mal viermal naja da muss man mal gucken muss ich mich mal auf der website noch ein bisschen umschauen es gibt auf jeden fall auch auf civet.ai upscaler das auf jeden fall wenn wir einfach mal civet.ai eintragen so und wir hier sagen model filters und sagen all time und sagen wir suchen upscale im bereich stable diffusion xl dann kriegen wir hier ein bisschen was an auswahl hier ist auch wieder viermal upscale hier müsste es achtmal sein viermal viermal also die meisten haben halt vier dass das bild um den faktor um vier halt abgescaled wird hier ist jetzt ein upscaler achtmal das wäre noch interessant den mal auszuprobieren allerdings liegt er nicht als safe tensor vor das ist also ein bisschen problematisch ja bei den upscalern und den modellen muss ich mal gucken ob es da noch bessere websites für gibt wir sehen hier wir haben auf jeden fall weitere bilder die wir hier kriegen und die sind jetzt alle von haus aus entsprechend viermal abgescaled haben natürlich auch eine entsprechende größe ja wenn wir mal schauen die bilder sind jetzt hier was haben wir denn da so im schnitt 19,5 gigabyte 20,8 mb oder 19,5 mb Entschuldigung 18,5 mb 21,8 mb 20,1 mb ja also die sind alle so rund 19 mb groß das kann man man kann jetzt dafür sorgen dass die bilder kleiner werden in meinem fall ist das sehr einfach indem ich die bilder markiere und sie in eagle in der software einfach mal öffne ja und hier einfach sage ich gehe in die plugins und sag jetzt hier okay wir sind jetzt hier beim bild format konvertiere das ist ein plugin das ist kostenfrei innerhalb von eagle 4 kann ich jetzt hier sagen ich möchte das ganze im format jpeg qualität 100% und er wird jetzt das ursprüngliche format das png format umwandeln in das jpeg format und er geht hin und verkleinert die datengröße das heißt wir sagen jetzt hier convert oder konvertieren und wir sehen er fängt jetzt an die sachen entsprechend um zu konvertieren in das entsprechende format von png in jpeg ja und wir sehen hier auch inwieweit er die den speicherbedarf nach unten gesetzt hat ohne details und qualität einzubüßen ja wir sehen hier die ursprüngliche größe ja ist jetzt hier sagen wir mal wir nehmen nummer 3 20 mb ja das hat er jetzt hier runter runter gerechnet auf 12 ja und hat hier entsprechend ja optimiert 37% des bildes ja und wenn wir uns das mal angucken ja und wir zoomen rein dann haben wir hier immer noch gute qualität wir haben keine qualität verloren was die bilder angeht aber wir haben den vorteil dass die bilder von der speichergröße her jetzt halt entsprechend optimiert sind und wesentlich weniger platz auf eurer festplatte wegnehmen ja das mal ein kleiner tipp meinerseits hier in dem output ordner sind die daten natürlich noch in der original größe vorhanden ja wir sehen wir kriegen entsprechend die nächsten bilder hier auch entsprechend gerendert ja wir sehen das hier ist das nächste bildet was sehr sehr cool aussieht das sieht sehr sehr gut aus das werde ich mir auf jeden fall auch abspeichern das gefällt mir so dann haben wir jetzt noch zwei bilder drei bilder ich weiß nicht ich guck mal ja drei bilder sind jetzt glaube ich noch in der warteschlange wir lassen ihn mal machen da warten wir noch mal kurz das geht ja einigermaßen flott noch mal kurz zur erinnerung wenn ihr entsprechend auf der webseite open model db euch befindet ja zack da sind wir dann haben wir hier schon das erste modell das upscaling modell könnt ihr euch hier auf der webseite entsprechend auch angucken wie das modell arbeitet ja dann braucht ihr den ersten button die entsprechende pipe torch datei nur noch mal zur erinnerung die braucht ihr und die müsst ihr in eurem confi ui ordner das heißt hier in dem ordner confi ui models upscaling und das durch die models hier einmal reinlegen confi ui neu starten und dann könnt ihr mit dem model arbeiten so er hat jetzt noch ein zwei bilder ein bild noch gucken wir uns mal die weiteren bilder an das sieht auch sehr gut aus sehr viel grün grün ist immer eine gute farbe das ist jetzt ein bisschen krass was die grüne farbe angeht so da haben wir jetzt noch ein bild das kommt so und dann ist das video gleich auch schon fertig so da haben wir das letzte bild ja ok hier sind jetzt fehler drin man sieht es aber das ist ja nur ein bild die anderen bilder sind alle ganz gut geworden wie ich finde da sind sehr sehr schöne bilder dabei sehr sehr gut und ja damit würde ich sagen sind wir am ende dieses videos angekommen ich hoffe ich habe euch ein bisschen geholfen habe euch gut informiert und ähm falls ihr fragen habt wie gesagt ab mit euren fragen oder feedback gerne in die kommentare oder wenn ihr lust habt und auch mal privat bisschen schnacken wollt könnt ihr auch wie gesagt der erste link führt zum discord server kommt sehr sehr gerne vorbei wir sehen und hören uns beim nächsten mal